Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert, ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen. Hier geht es um entspannt in die Prüfung und gehen wir nochmal zurück zum Thema. In unserem Kopfkino empfinden wir eine Prüfungssituation oft so, dass es sind die Prüfer hier in unserem Kopf sehr bedrohlich. Woran liegt das? Weil es eine unbekannte Situation ist. Also was ist die Grundregel? Wir machen uns Fremdes vertraut. Das heißt, ich wiederhole noch einmal, schauen Sie sich die Prüfungsgegebenheiten an. Fahren Sie spätestens am Tag vorher hin, schauen Sie, was ist das für ein Gebäude, wo können Sie parken, wie sehen die Räume aus. Schauen Sie, auch manchmal weiß man den Namen des mündlichen Prüfers, das ist nicht immer so, aber manchmal weiß man den Namen des mündlichen Prüfers. Dann kann man vielleicht mal recherchieren, wie sieht dieser Mensch aus, vielleicht hat er eine Internetseite, vielleicht gibt es Fotos. Ja, mal so ein bisschen Verbindung aufbauen zu diesem Menschen, wenn es eine solche personenbezogene Prüfung ist. Vielleicht kann man den Gang sich mal anschauen, vielleicht sogar den Prüfungsraum, wo die Prüfung stattfindet. Das ist nicht immer möglich, aber oft ist so etwas möglich. Der Grundgedanke ist, sich gedanklich in die Prüfungsatmosphäre einzufühlen, denn dann ist das nicht mehr fremd für uns. Dann waren wir schon mal an dieser Stelle und dann passieren diese Automatismen nicht mehr so stark oder gar nicht mehr. Ja, das war es schon wieder. Schauen Sie doch mal bitte auch unter spaßlerndenk, verknüpfung von Lernen und Spaß. Das ist meine Mission, spaßlerndenk-shop.de. Dort finden Sie viele, viele Hilfen, die Ihnen helfen auf Ihrem Weg zu Ihrer erfolgreichen Prüfung. spaßlerndenk-shop.de. Sie finden dort Hilfen, um in einem Drittel, nach meiner Einschätzung, in einem Drittel der sonst üblichen Zeit zu lernen. Dankeschön, mein Name ist Marius Ebert.